Gute V zu HellDragonLP und ich begrüße euch zu einem weiteren Play Review. Heute geht es mal in die Pink-Kollektion und zwar nehmen wir uns als erstes Zedudumbia zur Brust. Ich habe ihn in zwei Teams spielen lassen. Einmal hier als alleinige Spitze in dem 4-2-3-1-2 und hier in der Doppelspitze neben Higuain und hinten dran mit zwei sehr guten Team-of-the-Season-Spielern. Schauen wir uns doch erstmal auf seine In-Game-Stats und da werdet ihr sehen. 89 Stellungsspiel, 93 Antritt, 85 Brunkkraft, 97 Printgeschwindigkeit, 96 Ausdauer, eine Stärke von nur 67, aber da komme ich noch drauf zu sprechen. 84 Ballkontrolle, 90 Dribbling, 90 Abschluss, auch darüber wird zu reden sein und 83 Schusskraft, 82 Brunis hat er dazu auch noch. Der Gute hat Hoch-Mittel-Arbeitsraten, 4 Sterne Sparerfuß, 4 Sterne Spezialbewegung und den Flitzer und den Flatrate. Ja, fangen wir bei seinem Tempo an. 94 Antritt, 97 Tempo und da könnt ihr euch natürlich an einer Hand abzählen, dass wenn er mal am Spieler vorbei ist, also am Verteidiger vorbei ist, dass er dann alleine aufs Tor zu läuft. Er ist definitiv nicht aufzuhalten und wie ihr seht, ist er auch nicht so leicht vom Ball zu trennen, denn er hat eine Stärke zwar nur von 68 und eine Balance von 73, glaubt mir aber, es fühlt sich definitiv höher an. Er ist wirklich kaum vom Ball zu trennen und ja, ich habe euch mal direkt zwei Tore zu Anfang, ein Tor und eine Vorlage mal präsentiert. Das hat sich so ergeben, das war ein ganz gutes Material für diese beiden Punkte. Und der dritte Punkt, sein kurzer Pass, langer Pass, da will ich mich nicht lange aufhalten, ich fand es beides nicht so toll. Der kurze Pass, ja, das geht manchmal ganz gut, er hat ja auch hier die zweite Vorlage gegeben, aber den langen Pass könnt ihr eigentlich im Grunde genommen vergessen, den kurzen Pass höchstens mal für den Doppelpass benutzen. Weiter geht es dann mit seinen Dribbling-Beweglichkeit und hier sticht Dumbia dann wieder heraus mit seinen vier Sternen Spezialbewegungen, kann er das sehr gut einsetzen. Dribbling von 90, eine Beweglichkeit nur von 73, merkt man jetzt nicht unbedingt. Der ist, also auch seine Ballkontrolle ist sehr gut, also mit der Ballkontrolle kann man auf jeden Fall leben, er kann den Ball relativ schnell verarbeiten. Ansonsten bleibt da eigentlich viel zu zu sagen, für den Stürmer ist das definitiv ein gutes Dribbling und eine gute Ballkontrolle. Seine Schusskraft und sein Fernschuss, kommen wir als nächste Schusskraft, 84, Fernschuss 79. Er hat einen gewaltigen Bums, das ist auf jeden Fall, seine Fernschüsse fand ich jetzt aber nicht so berauschend, wobei auch bei ihm wieder einmal dieses Problem in Anführungsstrichen ist, aufgrund seiner Arbeitsraten und aufgrund auch seiner Schnelligkeit sowieso meistens ganz vorne dann zu finden ist, wo man einen Fernschuss auch nicht unbedingt ansetzen muss. Jetzt kommen wir aber zu dem, was ihr im Hintergrund schon teilweise seht, sein Abschluss. Sein Abschluss, liebe Leute, liegt bei 90. Für mich ist das keine 90, denn er hat von mir auch definitiv ein Minus bekommen beim Abschluss, denn es ist so, ja er hat Tore für mich erzielt, auch wie hier sehr schön Tore waren dabei, aber er hatte unsagbar viele Chancen in diesen sieben Spielen, die ich mit ihm gemacht hatte, die er einfach eiskalt hat liegen lassen. Also hätte ich alle Szenen, also alle verschossenen Szenen mit rausgeschnitten, also mit reingeschnitten jetzt hier in das Review, würde es wahrscheinlich zwölf Minuten gehen, ungelogen, ohne zu übertreiben. Aufgrund seiner Positionierung, die bei 89 definitiv gegeben ist, wobei er auch hier manchmal so ein bisschen, ja, manchmal nicht zu finden ist, aber er ist einfach Dumbia und man braucht ihn nur lang zu schicken, dann ist er in der Regel da, hat er sich natürlich einen Haufen Chancen rausgespielt, aber er macht sie nicht. Von einem Spieler, der mit Abschluss 90 da auf der Karte stehen hat, da erwarte ich auch mal die unmöglichen Dinge. Oder halt einfach, wenn er im Strafraum ist, dass er die Dinge halt reinmacht und das ist bei Dumbia zumindest bei mir, nochmals zu betonen, bei mir nicht gegeben gewesen in den sieben Spielen, also da gibt es von mir ein Minus, denn das fühlt sich nicht für mich nach 90 Abschluss an. Er hat seine Tore gemacht, ja, ich habe auch mal in einem Review mal gesagt, ich würde einen Stürmer immer nach seinen Toren bewerten, aber bei ihm ist es wirklich so auffällig gewesen, dass er viele Chancen da liegen lassen, dass ich ihm da ein Minus geben muss. Sieben Spiele, sechs Tore, zwei Vorlagen, 300.000 habe ich bezahlt für ihn und hier noch einmal jetzt die Übersicht. Tempo, Dribbling, vier Sterne, Arbeitsratenstärke und Balance auf seiner Haben-Seite, Abschlusspaar-Spiel habe ich ein Minus gegeben. Ich habe von ihm mehr erwartet, ich glaube sein Nicht-Inform kann genau das gleiche und deswegen kriegt er von mir auch nur eine 8 von 10 und ja, ich würde euch eigentlich raten, bleibt beim Nicht-Inform, für die Leute, die ihn benutzen, die werden damit auf jeden Fall zurechtkommen. Das war's von mir und dann bleibt mir schnell, wie mir zu sagen, macht's gut und ciao.